Das 80 Prozent der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Ich wehre den Anfängen, dass kleine durchgeknallte Gruppen von Nazis, andere Leute von so einem Schwachsinn überzeugen und damit eben an unserer Demokratie und an unserem Rechtsstaat anfangen rumzusägen. Es ist eben nicht weniger als das, auch wenn sich das ein bisschen groß anhört. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, dass es A keine Chemtrails gibt, dass B etwa 80 Prozent der Leute, die daran glauben, Nazis sind und dass es C eben wichtig ist, an diesen Schwachsinn nicht zu glauben. Wir werden nicht vergiftet und auch nicht aus Flugzeugen raus und schütteln. Dass 80 Prozent der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Ich wehre den Anfängen, ich wehre den Anfängen, ich wehre den Anfängen. Für diese Stellungnahme bedurfte es keine Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Es wird der Wind gestärkt gezählt, das Schiff stammt hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen, es tobt das wilde Meer. Oh, seht ihn an, oh, seht ihn an, dort zeigt sich der Mklautermann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Zehmann nicht erschüttern. Oh, seht ihn an, 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 oh, seht